Krass, Mann! Kandidaten, die bedingungslos auf mein Kommando hören. Von großer Statur. Doch von kleinem... ...Intellekt. Das brennt! Aber auf ne unangenehme Art. Was ist das? Was passiert mit uns? Keine Ahnung, aber es passiert. Lass mal an! Das ist einfach genial! Hahahaha! Komisches Gefühl! Ja! Als hätte ich Hummeln im Hintern. Gigantische Hummeln! Alles klar, Lieber von Rocksteady. Ich weiß, ihr seid da oben irgendwo. Ich wusste es. Omnes, Objekte scannen. Suche läuft. Ein Wunderwerk. In jedem Menschen schlummert ein Gen, das uns mit unseren tierischen Vorfahren verbindet. Es ist, als hätte das lila U's alles wieder an seinen rechtmäßigen Platz im Tierreich gebracht. Wow, Rock. Du bist ein Nashorn, Alter. Und du bist ein... kein Schimmer, was du eigentlich bist. Okay, 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 lass mich mal sehen, lass mich mal sehen. Ich bin ein... Ich bin ein Schweinchen. Ein Warzenschwein. Hey, Beeps. Ja, Rock. Hast du schon mal ein Nashorn? Renn dich! Das hat gerufzt. Mir gefällt's. Mir auch. Mir auch. Bereiten Sie den ganzen Container vor. Je mehr wir von denen erschaffen, desto einfacher wird es, das Portal zu sichern. Krass, Mann. Das ist der Hammer. Das nenne ich mal ein Horn. Ja, Mann. Hey, was sagst du zu meinem Schwanz? Hast du gesehen, wie der wackelt? Oh, das ist cool. Hab ich auch so einen? Hey, Rock, wie ist das? Oh, Nier. Hey. 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 Hol den Behälter. Hol den Behälter. Oh!